Der Stadtspieler, die mit der Nummer 20 steht fast dann, Nummer 3 Baumann Alexander, Nummer 9 Chef Andreas, Nummer 12 Soraya Elie, Nummer 13 Sokirchen. Schiedsrichter der Partie ist Daniel Schäfer aus Rudau und ihm assoziieren die Herren Helmhry Lübke und Felix Beuchert. Meine Damen und Herren, wir wünschen uns alle ein faires Spiel an diesem Tag. Es ist eine spannende Situation. Fünf Mannschaften punktgleich mit 30 Punkten in der Tabelle. Wir werden sehen, wer heute der glücklicher ist. Vielen Dank.